OpenOffice.org, Textverarbeitung Writer. Was ist die Galerie? Die Galerie beinhaltet Objekte, Grafiken und Länge, die Sie in Ihre Dokumente einfügen können. Das vorgegebene Galerie-Menü beinhaltet Hintergründe, Bullets Homepage, eigenes Thema, Begrenzungen und Länge. Wenn Sie möchten, können Sie andere Gruppen oder Themen erstellen. Um die Galerie zu öffnen, gehen Sie auf Extras, Galerie oder Sie klicken auf das Symbol Galerie. Erneutes ausführen. Diese Aktion schließt die Galerie wieder. Sie haben die Wahl zwischen der Symbolansicht und der Detailansicht. Und Sie können die Galerie mithilfe des Ausblend-Buttons ein- oder ausblenden. Ciao und viel Glück! Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.